Linsen sind eine Art von Hülsenfrüchten, von denen bekannt ist, dass sie viele gesundheitliche Vorteile haben. Hülsenfrüchte sind eine gute Quelle für pflanzliches Eiweiß, Ballaststoffe, Vitamine und Mineralstoffe. Linsen sind eine der ältesten Kulturpflanzen, die mehr als 9000 Jahre bis ins antike Griechenland und in den Nahen Osten zurückreicht. Linsen gibt es in verschiedenen Farben, darunter grün, braun, gelb, rot und schwarz. Lassen Sie uns einen Blick auf die fünf wichtigsten gesundheitlichen Vorteile des Verzehrs von Linsen werfen. Auf Platz 1 verbessert die Herzgesundheit. Linsen sind fettarm und reich an Ballaststoffen, die helfen können, den Cholesterinspiegel zu senken und das Risiko von Herzerkrankungen zu verringern. Linsen enthalten sogenannte Phytosterole, die cholesterinsenkende Eigenschaften haben. Studien haben gezeigt, dass der Verzehr von Hülsenfrüchten den LDL oder schlechten Cholesterinspiegel um bis zu 20% senken kann. Studien haben auch gezeigt, dass der Verzehr von Linsen als Teil einer gesunden Ernährung für bis zu 8 Wochen sowohl den Systolischen als auch den diastolischen Blutdruck signifikant senken kann. An Nummer 2. Hilft bei der Behandlung von Diabetes. Linsen haben einen niedrigen glykämischen Index, was bedeutet, dass sie langsam verdaut werden und helfen können, den Blutzuckerspiegel zu stabilisieren. Es kann bei der Behandlung und Vorbeugung von Typ-2-Diabetes hilfreich sein. Studien haben gezeigt, dass der Verzehr von Linsen für drei Monate den Blutzuckerspiegel im nüchtern Zustand senken und die Insulinsensitivität verbessern kann. Auf Platz 3. Verbessert die Verdauungsgesundheit. Der hohe Ballaststoffgehalt in Linsen kann die Gesundheit des Verdauungssystems fördern und Verstopfung und anderen Verdauungsproblemen vorbeugen. Linsen sind eine gute Quelle für Präbiotika, eine Art Ballaststoffe, die die nützlichen Bakterien in ihrem Haustier erhöhen und die Verdauungsgesundheit fördern. Bei Nummer 4. Verhindert Krebs. Einige Studien haben gezeigt, dass der Verzehr von Linsen Krebs vorbeugende Wirkungen haben kann, möglicherweise aufgrund ihres hohen Gehalts an Antioxidantien und anderen nützlichen Verbindungen. Linsen sind reich an Antioxidantien wie Polypenolen, Flavonoiden und Karotinoiden, die die Zellen vor Schäden durch freie Radikale schützen. Linsen enthalten Verbindungen mit entzündungshemmenden Eigenschaften wie Saponine, die helfen, Entzündungen zu reduzieren und das Wachstum von Krebszellen zu verhindern. Linsen enthalten sekundäre Pflanzenstoffe wie Liniane und Phytosterin, die nachweislich krebshemmende Eigenschaften haben. Es wurde beispielsweise festgestellt, dass Liniane das Wachstum von Brustkrebszellen hemmen. Auf Platz 5, hilft beim Gewichtsmanagement. Das Protein und die Ballaststoffe in Linsen können dazu beitragen, ein Sättigungs- und Zufriedenheitsgefühl zu fördern, was bei der Gewichtskontrolle hilfreich sein kann. Linsen sind reich an Nährstoffen wie Eisen, Folsäure und Kalium, die für die allgemeine Gesundheit wichtig sind. Der Verzehr von nährstoffreichen Lebensmitteln kann helfen, das Energieniveau zu verbessern und das Risiko von Nährstoffmangel zu verringern, der die Bemühungen zur Gewichtsabnahme beeinträchtigen kann. Linsen können bei manchen Menschen aufgrund des hohen Ballaststoffgehalts Blähungen und Blähungen verursachen. Um diese Symptome zu reduzieren, beginnen Sie damit, kleinere Portionen Linsen zu essen und erhöhen Sie Ihre Aufnahme im Laufe der Zeit allmählich. Achten Sie auch darauf, viel Wasser zu trinken und Ihre Nahrung gründlich zu kauen. Verwandte Artikel und Aktualisierungen finden Sie in der folgenden Beschreibung. Wir hoffen, Sie fanden dieses Video hilfreich. Bitte liken und abonnieren, um in Verbindung zu bleiben. Dankeschön!